Hallo, ich bin Sandra Birnbacher, ich bin 17 Jahre alt und ich mache eine Lehre zum Elektriker bei der Stadtwerke in Kupfstein. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und besonders gefällt mir bei der Lehre, dass ich da wirklich viel außen bin. Ich habe jeden Tag eine andere Tätigkeit. Es kann mal was grob sein mit einer Maschine, mit einer Hilde oder was. Oder auch mal was ganz was feines, ganz kleine Draht zusammenlöten oder zusammenklemmen. Ich in der Poli habe ich eine Exkursion, also mit einer Exkursion da hergekommen. Da haben wir uns alles angeschaut, mir hat das volle Tag und bin ja gleich interessiert gewesen. Dann habe ich mich gleich zum Schnuppern angemeldet, habe drei Tage geschnuppert und es hat mich einfach so gut getaugt, noch mit Bewohnern und bin ja gleich noch genommen worden. In meiner Freizeit habe ich als Hobby das Rode Kreuz in Kupfstein, bin in Schweuch bei der Landjugend, bei der Feuerwehr und mache nebenbei noch die Matura im Modell Lehren mit Matura und habe jetzt da letzte Woche die schriftliche Deutschmatura abgelegt. Sandra Börnbacher, ein junger Elektrotechniker im dritten Lehrjahr, kommt aus Schweuch, arbeitet hier in Kupfstein in den Stadtwerken, wird hier ausgebildet und bringt sich beruflich extrem positiv ein, hat also ein gutes Zeugnis von seinem Ausbildner. Abgesehen davon ist er ein Schüler, der alles sehr gut in der letzten Klasse der Fachberufsschule vorweisen kann und er ist sozial aktiv, er bringt sich in die Gemeinschaft ein, das ist uns besonders wichtig. Es ist natürlich nicht einfach, wie es eigentlich für keinen für uns aktuell ist. Bei der Feuerwehr ist es so, wir haben Übungen abgesagt bekommen, es war eine lange Pause, dann auch wieder ganz streng mit Masken und weniger Leute eigentlich, aber wir haben es probiert, dass wir irgendwie was hinbringen, dass wir trotzdem noch auf dem aktuellen Stand bleiben und dass wir was ein bisschen trainieren. Ein junger Mann, der uns alle hoffnungsfroh sein lässt, was die Zukunft unseres Landes betrifft und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Tirol. Ein junger Mann, der uns alle hoffnungsfroh sein lässt,